Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Binding of Ice Egg Rebirth Wir hatten ja ein paar Runs schon gehabt, hier haben wir wieder Luck of the Drawer, das ist ganz cool Die waren eigentlich ganz gut, leider habe ich ein bisschen Scheiße gebaut, sagen wir es mal so Ich hätte die viel leichter machen, also wir hätten garantiert besser sein können als so manche So, diese Stöße und Bomben, das ist gut Stöße brauchen wir jetzt für den Bossraum, ja nicht Bossraum, den ganzen Itemraum Dann schauen wir mal, ob wir hier was Gescheites finden, wir kriegen auf jeden Fall einiges an Bomben gerade So, haben wir hier irgendwo ne... Nein Okay Das will ich eigentlich nicht unbedingt haben Das ist nicht so tolle So, gucken wir mal, ob hier vielleicht eventuell nur so... Tatsache Dann kriegen wir wieder Bomben, ey So, da geht's in meinen Raum Okay, warte mal, gucken Oh ja, sehr schön, GoTed Das nehme ich doch direkt Gut, dass wir uns da durchgesprengt haben nochmal So So Haben wir wieder ein Herz, das können wir gerade nicht gebrauchen So So Wieder ein Schlüssel, das ist gut Da ist der Bossraum Umso besser, aber ein blöder Gegner Damage ab und 4 Shot Das ist schön Neh, mal mit Da haben wir nur noch, nur noch ein Ding ins Gut, gut Schauen wir mal Na ja So 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 Lovers Behalt' ich mal die Quarte Die ist ganz gut Eine Full-Health-Pille, die nehme ich mit Nein, brauche ich gar nicht Was ein nerviger Gegner hier So hier haben wir wieder eine Pille Fragezeichen-Pille Paralyse ist, ja Bringt mir nix Poison Shot Ich glaube hier bei Luck of the Draw In der Hinsicht ist es besser, irgendwie ein bisschen Da haben wir wieder ein Herz, das ist gut Naja, relativ So Warum Ist das hier so Wo ist es doch Wieder ein paar Böhmchen Full-Health-Pille Noch eine Are you a wizard? Nützt uns gar nichts Wir bleiben bei Slava-Pille The Lovers So, was haben wir hier? The Hero Fund Two Prayer for the Lost Okay Oh Das gefällt mir Little Brimstone Mein Freund Naja Nicht so schlimm Ähm Little Brimstone Auf jeden Fall Genau Okay Jesus Juice Okay, was haben wir hier? Goopy Set Okay Bloody Friend brauche ich jetzt nicht Unbedingt Naja Weiter geht's Curse of the Blind Das ist natürlich nicht so schön Das ist natürlich cream So, wir haben keinen Schlüssel gerade, leider. Lassen wir mal auf jeden Fall mit. Gucken, dass wir noch einen Schlüssel irgendwo herkriegen. Das ist kein Schlüssel. Aber trotzdem. So, meine Güte. So, langsam. Könntet ihr aber mal einen Schlüssel droppen? Danke. Dann kann ich mich in Itemraum aufschließen. Ich sehe zwar nicht, was drin ist, aber Infestation Shot. Okay, cool. Neh, mal mit. Paralysis-Pille. Na, klasse. So. So viele Pilze, die ich alle gerne aufsprengen würde, aber ich habe keine bekommen. Oh, das ist ein Problem. Oh, das ist ein Vegaton. Oh, das ist ein Vegaton. Achso, ne, da ist ein Duel-Room-Duell-Raum. Da ist nur das. Ist das hier ein Hin und Her. So, Bomben sind immer gut. Das Herz ist sowieso gut. So, jetzt bekommen wir hier. Speed and Damage up. Gross, Harmono. Well, but what's costs. Okay. Das ist so schlimm. Hier haben wir noch vier Leben. Können wir das ja auch mal eben machen. Soul-Converter. Yeah, yeah. Ja, ja. Yeah, du bist witzig, Kollege. Das war ein Soul-Converter. Naja, lassen wir mal. Muss nicht sein. Wir haben jetzt drei Seelenherzen. Noch drei Leben. Drei Seelenherzen und drei Leben. Curse of the Darkness. Das ist natürlich uncool. Ist hier gar nichts mehr. Vor allem bei den Gegnern hier. Das ist so ätzend. Äh, ja, 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 ich hab' ich schon fast vergessen. Oh, ich hab' ich schon fast vergessen. What the fuck is wrong. too much spider sind fleißen noch mehr sticky babys nein das will ich nicht wird sich nicht lohnen das kann ich jetzt schon mal sagen what the fuck is wrong man irgendwas ist hier sehr 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 krank don't swallow it no luck of the draw nimm ich mit und da will ich nicht rein wow das ist wahnsinn gerade oh my god dieser insta kill man ich glaube ich bin guppy wenn ich es recht sehe trollbomben wow ganz herrlich what the fuck is what the fuck is das ist natürlich schon interessant ne mein leute what the fuck so was von mir stärke ok ähm ah ich glaube wieder full health pille das ist ja das ist ja das ist ja ich nehme das ist ja wow 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 das ist natürlich hart fire rate up ok cool also ganz ehrlich ich glaube ich bin spinne und das ist so das nur noch mit und dann packen wir die ganzen vier dinger hier rein und das hat natürlich das ist einfach too much gerade na also ich weiß gerade gar nicht was hier abgeht sorry leute what the fuck is wrong gut machen auf jeden fall im nächsten part weiter gleich